Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution 2. Jawohl, wir sind hier nach wie vor noch in Kalifornien, müssen unsere Aktivpostenbewertung immer noch weiter nach oben treiben, was aber eigentlich ganz gut funktioniert, wie ich finde, bis hierhin zumindest und ja, Geld ist auch schon wieder richtig gut vorhanden und ich würde sagen, wir hustlen direkt in die nächste Expedition, damit wir hier auch weiterkommen und wir brauchen, oder was wollen wir denn, gibt es hier irgendwas Neues? Nein. Okay, was brauchen wir, oder was kriegen wir? Metriacanto. Zeig mal, wie sieht der aus? Uh, nice. Okay, äh, Dilophosaurus oder Allosaurus? Ich nehme den Metrior. Metriacanto, warum nicht? So, hier, der Kollege ist motiviert, aber da müssten die auch mal so langsam wieder in eine Ruhepause kriegen, ne? Zack, der ist motiviert, rein in die Olga, in die Metriacanto-Olga. Ähm, Quizfrage, habe ich da schon irgendwas drin? Nö. Ah ne, das hat man gebaut, ne? Genau, für die Viecher. Stimmt, richtig. Oha, ich bin mal gespannt. Ich hoffe mal, das ist nicht zu klein, ansonsten müssen wir das noch ein bisschen erweitern. So, hier haben wir, was hatten wir hier drin? Ah, hier sind die Trodons drin, okay, alles klar. Was geht bei dem ab? Von dem Romeizen, wie von der Trantel gestochen. Alles klar, läuft bei dem. Okay. Ja, schauen wir mal, ne? Was ist hier? So ein Pen. Alles klar, okay. Soweit, so gut. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal die Zeit ein bisschen schneller, damit die, äh, mit die Expedition hier ein bisschen schneller geht. So, hier hätten wir auf jeden Fall ein Gehege, das können wir nutzen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie weit wir da kommen, ne? Ey, ihr werdet angegriffen. Haha. Hier, komm, hol dir die Ziege da, Russin. Man weiß es nicht. So, alles klar. Expedition dürfte jetzt jeden Augenblick fertig sein. Da haben wir es doch schon. Sehr gut. Ah, nur zwei Stück gefangen, schade. Na, egal. Okay. Okay, Saurier transportieren, ja. Einmal hier und einmal dahin. Haben wir, ähm... Ich glaube, die haben wir da hingesetzt, ne? Warte mal. Aufgabe hinzufügen. Ja, haben die. Alles klar. Stimmt. Die haben ja die beiden Gehege hier, ne? Wo sie sich drum kümmern sollen. Und die Ranger haben die anderen Gehege. Perfekt. Läuft. So, dann kommt mal her. Direkt mal hier. Ah, der ist schneller da. Einmal und... Zustellung abgeschoben. Zweimal. Sehr schön. Okay. Wow. Nice. Okay, die sehen stylisch aus. Muss doch mal in den Aufnahmemodus gehen. Ja, die sehen doch geil aus, oder? Ähm, warte mal. Ui-Hausblenden. Ey, komm, Kollege, bleib mal hier stehen. Warte. Etwas weiter runter. Ey, das ist gar nicht so einfach, ne? Mit dem Aufnahmemodus. Vor allem, weil die hier voll schnell unterwegs sind. Ja, komm. Zack. Hau dich mal. Komm mal raus aus dem Schatten hier. Ich will mal ein Foto haben von euch. Kann nicht so schwer sein. Da. Zack, da zieht er durch. So, okay. Es steht diesmal viel auf dem Spiel, wenn ich mich nicht täusche. Und ich täusche mich nicht. Fehlender Wald. Wir sind dabei, eine neue Beziehung zu den Sauriern aufzubauen. Komfort ist auch nicht so gut. Revolutionäre Ideen, weil wir so die Vergangenheit besser verstehen können. Und wie wir das tun. Wir versuchen, diese Unfälle hinter uns zu lassen. Nun, wenn ich dürfte. Es gibt keine Unfälle, nur unentdeckte Ursachen. Unser Fehler, der Fehler der Menschheit, ist zu glauben, dass wir die Wahrheit wissen wollen, obwohl uns die Lüge ausreicht. Diese genetisch erzeugten Saurier, sie sind so real, wie wir sie machen. Wir haben seit Ewigkeiten Hunde und Katzen und Nutztiere gezüchtet und manipuliert. Warum? Warum? Nicht für die Tiere, sondern zu unserem Nutzen. Und Sie denken, das tun wir auch jetzt? Sagen Sie es mir. Jeder Kontakt, egal wie winzig und begründet, führt zu Veränderungen. Ist es nicht so, Dr. Doher? Für den Moment müssen wir das akzeptieren. Unser Job, mein Job, ist es dafür zu sorgen, dass diese Tiere die beste Pflege erhalten. Ja, ja, wie wunderbar kaputte Überlinien. Jawohl, sehr schön. Also die hier sind auch voll am Start. Perfekt, wir müssen so 46 Sekunden warten, dann sind wir hier wahrscheinlich mit der Aufgabe durch. Ich spule das Ganze mal ein bisschen vor. Ach, acht Sekunden noch, jawohl. Und da chillen sie. Metriacanto. Und? Nicht einmal auf den Inseln haben wir etwas geschaffen, das so... Perfekt ist. Nun, da wir sie nicht frei herumlaufen lassen können und die Saurier nie das Leben kennenlernen werden, das sie leben sollten. Zumindest so perfekt wie möglich. Wir... sollten wohl glücklich sein. Aber sind wir das? Vielleicht. Okay, etwas stört dich und ich bin es nicht. Nein. Also, was dann? Dieser Park. Das ist nicht das Ende für die Saurier. Oder? Nein. Natürlich nicht. Wie könnte es? Es ist zu gefährlich, diese Tiere derart nahe der Zivilisation zu haben. Wir werden ihnen folgen. Meinst du das ernst, Owen? Ist dir klar, was du da sagst? Wir sind ein Team. Ich kenne dich, Claire. Du wirst ihnen nicht den Rücken kehren, was auch eine schlechte Idee wäre. Mach das nie. Niemals. Und ich kann es auch nicht. Diese Tiere sind ein Schicksal, dem wir nicht entkommen können. Und nicht nur wir beide. Alle. Damit muss die Erde nun klarkommen. Ja, entweder behandeln wir den Planeten richtig, oder die Saurier machen ihn zu Ehren. Und damit haben wir auch diese Mission abgeschlossen, Kalifornien. Jawohl. Sehr schön. Nice. So. Ja. Yosemite. In der Sprache des Miwok-Stammes bedeutet das Tal derer, die töten. Passend, nicht wahr? Die Starken jagen die Schwachen. Der Jäger und der Gejagte optimieren permanent ihre Größe, ihr Aussehen, ihre Stärke, ihre Sicht und Geschwindigkeit. Der Verstand wird immer besser in der einen Aufgabe, die zum Überleben notwendig ist. Die Evolution ist ein nie endendes Wettrüsten, das bis heute andauert. So ist das Leben. Es begrüßt Veränderung. Und nun sind die Saurier in das Tal derer, die töten, zurückgekehrt. Die Frage ist nicht, gehören sie in den Yosemite Park? Das tun sie ganz sicher. Nein, nein. Die Frage ist, werden sie bleiben? Das ist die große Frage hier. Werden sie im Yosemite Park bleiben oder nicht? Okay. Wo sind wir jetzt? Das Ding da draußen. Das ist kein Dinosaurier. Oh, ein Brady. Alles klar. Schauen wir mal, was uns jetzt hier erwarten wird. Als nächstes. Oh, Chaos-Theorie. Oha, jawoll. Warte mal. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss des Kampagnen-Modus. Probier doch als nächstes Chaos-Theorie Jurassic Park aus. Hilft Dr. John Hammond dabei, seinen Traum vom Jurassic Park zu verwirklichen, während du die Grundlagen zum Erschaffen eines Dinosaurier-Parks erlernst, der sowohl sicher als auch profitabel ist. Jawoll, würde ich sagen. Rein da, ne? Äh, Moment. Chaos-Theorie. Hier. Zack. So, was haben wir denn hier? Jurassic Park, The Lost World, Jurassic Park 3, Jurassic World und Jurassic World. Ich kann es nicht lesen. Äh, ja, würde ich sagen. Fangen wir mit Jurassic Park an, ne? Eiskalt. Der Moskito. Millionen von Jahren konserviert. Und darin? Tja, diese Entdeckung sollte die Welt verändern. Eine Weile lang dachten wir, näher würden wir den Sauriern nie kommen. Doch da lagen wir falsch. Aus jahrelanger Forschung zur Vervollständigung der DNA-Sequenz der Saurier resultierte Leben, wie es es seit 65 Millionen Jahren nicht mehr gegeben hatte. Jurassic Park. Wir wissen ja, wozu das führte. Aber was wäre, wenn jemand wie du den damaligen Hochhut gezügelt hätte? Damit Jurassic Park ein Erfolg wird, muss er für alle seine Gäste so sicher wie möglich sein. Das ist das Abenteuer ihres Lebens. Lass es nicht ihr letztes werden. Ja, da wollen wir aber schauen, ne? Ob wir das hinkriegen. Sollten wir eigentlich, gar kein Problem. Chaos der Riech. Ich stelle der Welt den bahnbrechenden Jurassic Park vor, in dem die ausgestorbenen Saurier zum Leben erweckt werden. Hoffen wir mal, dass es dieses Mal besser abläuft. Ja, hoffen wir alle. Schauen wir mal. Ich meine, wir kennen alle die Filme. Es war jetzt schon ein bisschen was her, wo ich den geguckt habe. Das ist ein echtes Paradies. Aber es fehlt was, was es früher besaß. Bis wir sie zurückbringen. Dieser Ort zeigt den Menschen spektakuläres. Dinosaurier. Nicht länger nur in unserer Vorstellungskraft. Lebendige Saurier. Und wenn die Menschen sie sehen, dieser Moment des Erstaunens, der Magie. Du wirst ein Teil dieses Spektakels sein. Der Jurassic Park wird pünktlich öffnen. Und die Welt wird sein, wie sie einst war. Ein Land der Saurier. Jawohl, so. Missionsbesprechung. Ah, gut, gut. Du scheinst dich einzuleben. Ich möchte dir Lily Helford vorstellen, unsere Betriebsleiterin hier im Park. Sie bringt dich auf den neuesten Stand. Danke, Dr. Hammond. Äh, John, bitte. Oh, gut. Wie, Dr. Hammond. Oh, John, die er bereits gesagt hat, wollen wir den Jurassic Park so schnell und so sicher wie möglich in Betrieb nehmen. Wir tun hier Dinge, die als unmöglich galten. Es wird also eine Herausforderung. Das Unmögliche möglich machen. Ja, ja, das gefällt mir gut. Okay, Missionsbesprechung haben wir uns angesprochen. Wir müssen die Anlage für die Saurier vorbereiten. Fang mit einem Besucherzentrum an. Und einem Wissenschaftszentrum. Und denk daran, dass beides mit dem Wegenetz verbunden sein muss. Oh, und auch mit Energie. Wie ich sehe, ist alles in guten Händen. Weitermachen. Wir geben Ihnen Bescheid. Fantastisch. Einfach fantastisch. Okay, so weit, so gut. Wir sollen ein Gebäude bauen. So, jetzt lasse ich mal ganz kurz hier mal schauen. Ah, das habe ich mir schon fast gedacht. Diese Umspannwerke und diese Verkabelung und so weiter, das musste man ja im ersten Teil auch bauen. Ah krass, gut. Das bauen wir also hier. Okay, schauen wir mal. So, wir brauchen ein Besucherzentrum. Okay, wo bauen wir das denn denn? Ach, was soll hier hin? Das ist so vorgegeben. Ja, so, zack. Benötigt Wegverwindung. Die machen wir mal von hier, wo die Wagen. Einmal nach hier. Und. Ja, so. Zack. Und. Gab es denn nicht nur eine zweite? Ja, dann müssen wir mal schauen, wo wir die hinbasteln. Ah, hier. Und da soll das andere Gebäude hin. Äh, Wissenschaftszentrum. Jawohl. Da schauen wir mal, dass wir das so weit wie möglich nach hier bekommen. Ja, so. Perfekt. Auch hier brauchen wir eine Wegverbindung. Wir müssen erstmal schauen hier, dass wir... Warte mal, wo ist denn hier ein Weg? Ah ja, nach da hinten, das ist alles klar. Moment. Und würde ich sagen, gehen wir mal hier lang. So, und jetzt hier einfach mal so quer durch. Zack, und einmal nach hier. Jawohl. Okay. Der Jurassic Park hat einen Genetiker. Spitze. Dr. Henry Wu. Ich denke, du wirst ihn bald kennenlernen. Sofern das noch nicht geschehen ist. Ich bin bereit einzufangen. Um die gewünschten Sauerer zu bekommen, brauchen wir zuerst eine Brutstätte. Errichte eine, dann können meine Angestellten und ich beginnen. Okay, wir brauchen eine Brutstätte. Erforsche folgendes. Brutstätte, du kannst über den Forschungstab im Kontrollraum oder über das Wissenschaftszentrum auf Forschung zugreifen. Warte mal. Also, Viereck. Explosion, Fossilien, Forschung hier. So, wir sollen, äh, Strukturen, was haben wir denn hier? Infrastruktur, warte mal, wo müssen wir da hin? Attraktionen, Gastkomfort, ja, ich muss mal sagen, Infrastruktur ist es fast, oder? Moment, müsste ja dann das hier sein, oder? Äh, ne, das ist Effizienz-Upgrade, Moment. Wo ist denn hier die, ach krass, Personalzentrum und so, das muss ich alles erstmal erforschen. Okay, alles klar. So, jetzt muss ich nur erstmal auf diese Brutstätte hier finden. Finden, Einrichtungen, Spezies, Gehege hier, da dürfte es doch sein, oder? Freigeschaltet, kleine Elektrischschutz, wo sind denn hier die Brutstätten? Wollt ihr mich rollen? Erforschbar. Hier, Brutstätte, da haben wir es doch. Jawoll. Zack. Okay, so, wir brauchen, ähm... Wohlbefinden und Nählens, äh, warte mal, dann nehmen wir... Ja, komm, nehmen wir an den Kollegen, passt schon. So, dann soll der mal erforschen. Was soll ich denn sonst noch machen? Erforschung ist im Gange, aha. Ja, so, Brutstätte wird erforscht, perfekt. So, jetzt hat man die ja früher im alten Teil immer direkt hier dran geknallt, ne, normalerweise. Ich finde das eigentlich voll geil hier, ne, mit dem ganzen Wald da drumherum, wobei das für Besucher oder sowas... Weiß nicht, ob das so optimal ist. So, Forschung abgeschlossen, jawoll. Zack, Brutstätte. Nice. Jetzt, hier, genau, da... Ah, hier, die soll man direkt hier dran so basteln. Okay, so, warte mal, jetzt muss ich noch mal... Wow, passt hier gar nicht dahin. Ah, doch, jetzt hier. Hm, Moment. So, ja. And. Einmal Brutstätte, bitte. So, jetzt müssen wir hier nur noch einen Weg dran zimmern. Ähm, ich würde ja ungern jetzt den Weg hier so quer durchkloppen, ne. Weil das mit dem Wald ja eigentlich gar nicht so verkehrt ist, aber egal, geht nicht anders. Wir machen das jetzt mal so. So, und dann einmal hier rüber. So. Jawoll, sehr schön. Die erste Stufe der sauer Erschaffung bei einer Brutstätte ist die Synthese. Während der Synthese wählst du die Spezies sowie die genetischen Modifikationen und siehst die Chance auf bestimmte Merkmale. Der Syntheseprozess erzeugt eine unterschiedliche Anzahl von Eiern, bekannt als ein Gelege. Die Anzahl der Eier variiert je nach Spezies. Veloziraptoren. Ja, wir beginnen mit Raptoren. Ich weiß, dass du eventuell Bedenken hast. Aber John und ich sind uns einig, dass sie zu den aussichtsreichsten Kandidaten gehören. Du musst ihre Eier mithilfe meiner Genomforschung synthetisieren. Und ich möchte natürlich sofort über die Ergebnisse informiert werden. Okay, dann schauen wir mal. So, leerer Brutkasten. Was haben wir hier? Übersicht. Werte. Hier können wir noch Upgrades reinballern, wenn wir welche haben. Und das Ganze deaktivieren. Okay. So, wir sollen Veloziraptoren erforschen. Alles klar. So, was haben wir denn? Modifikationen freigeschaltet. 1 von 6. Größe der Synthese. Charge. 6 Eier. Erwartete Überlebensrate. 67%. Merkmale. Merkmalschance. Sozial. Intolerant. Und fit. Mhm. Okay, okay, okay. So, was haben wir hier noch? Ah, cool. Hier können wir direkt die Bedürfnisse sehen. Das ist geil. Offenes Gelände brauchen so viel. Ein bisschen Wald, Beute und Wasser. Oh, das ist cool, dass man das schon im Vorfeld sieht. Äh, kann ich hier schon irgendwas modifizieren? Oh, das ist alles zu. Okay, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, ne. 225.000. Können wir mal machen. So, Veloziraptoren brauchen... Ja, mehrere. So, und die Perle ist... Optimal dafür. Machen wir. Hau mal rein. So, muss ich direkt jetzt hier... Warte mal, wir machen direkt noch einen. Warum nicht? So, da setzen wir direkt mal schneller... Extraktion, schnellerer Brutvorgang. Jetzt machen wir mal die beiden drauf. Und Volljass. Wir haben's so. Alter, wir haben 20,3 Millionen. Und alles klar. Läuft. Ja, sehr schön. So, dann müssen wir mal gucken, was mal die brauchen. Etwas Wasser. Können wir ja schon mal Gehege hier ein bisschen, äh, ne, machen. Und die brauchen Wald. Wald, Wald, Wald. Ich nimm mal den Wald hier. Warum nicht? Obwohl, ne, warte mal, wir nehmen mal den. Wow, Alter. Okay. Das ist aber echt viel Wald. Und die, die wir hier haben... Unsere erste Synthese war erfolglos. Es gibt also eindeutig Raum für Verbesserung. Aber wir geben nicht auf. Wir werden besser. Ich habe einige Bereiche im Syntheseprozess identifiziert, die weiterer Forschung bedürfen. Finde alles Nötige im Wissenschaftszentrum heraus und melde dich bei mir. Okay, Moment, warte mal. So, Personal... Was? Forschung verfügt bei Personalzentrum. Erforsche folgendes. Verbesserte Synthese. Du kannst über den Forschungstab oder wenn du... Forschung zugreifen. Okay, warte mal. Die sind jetzt hier fehlgeschlagen. Beide? Euer Moin. Auswandern, auswandern, alles klar. Ja, Moin. Haben wir direkt mal 500.000 in den Wind gedrückt, ne? Läuft. So, was sollten wir verbessern? Warte mal, wo war das jetzt hier? Forschung... Ne, warte mal, was soll ich machen? Gehe zur Forschung. Forsche, verbesserte Synthese. Okay, alles klar. Tu mal her. So, mussten wir ja dann theoretisch auch hier finden, richtig? Verbesserte Synthese. Ja, genau. Hier, zack. Und forschen, bitte. So, wen brauchen wir denn? Der zwei... Alter, der ist auch ziemlich schnell am Ende, der Typ, ne? Nehmen wir den. Passt. 50.000 kostet den ganzen Spaß. Können wir uns mal ihm leisten. Gar kein Problem. Was ist das hier? Brutstättenupgrade. Oh, Brutstättenupgrade hört sich gut an. Forschung ist im Jange. So, dann kümmern wir uns mal hier erstmal noch um das Gehege, würde ich sagen. Die brauchen, was haben wir denn hier? Oh, den Ranger musst du erst erforschen. Ach du Scheiße, den müssen wir auch noch erforschen. Ja, moin, ey. Futterstation für Fleischfresser. Ich will Lebendfutter. Warte mal, damit warten wir noch. Nicht, welche Sönderung erforschen muss. Warte mal, guck mal rein. Wo kann man das denn? Medizin. Gehege. Schau mal hier mal. Ah, hier, Leben, Beutofotostation. Na, guck an. Die bräuchten wir natürlich. Das haben wir freigeschaltet. Was brauchen wir dafür? Ah, wir müssen erst... Okay, 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 verstehe. Alles klar. So. Katsching. So, sobald ein Wissenschaftler die Synthese eines Genoms abgeschlossen hat, bist du in der Lage, das Gelege zu durchsuchen und Eier zum Ausbrüten auszuwählen. Alle ausgewählten Eier werden ausgebrütet. Und die ausgewachsenen Saurier können dann gleichzeitig freigelassen werden. Alternativ können Saurier per Airlift an anderen Orten freigelassen werden. Ah, cool, was? Oh, wie geil ist das denn? Es gibt jetzt Airlift. Ja, das ist ja geil. Wir beginnen mit Raptoren. Sind wir schon soweit? Es wurden alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ich folge der Wissenschaft. Und diese Saurier sind unsere beste Chance auf Erfolg. Wir haben so viel gelernt und werden weiter lernen, während wir voranschreiten. Ja, ja, natürlich. Und ich verstehe Ihre Bedenken, Miss Herford. Jeder Saurier birgt ein gewisses Maß an Risiko. Und es ist an uns, das so weit wie möglich abzufangen. Halte mir die Anwälte vom Hals und die Saurier sicher und zufrieden in ihren Gehegen. Und meine ewige Dankbarkeit ist dir sicher. Dr. Hammond, haben wir also Ihre Genehmigung fortzufahren? Ja, mit größtem Vergnügen. Mit größtem Vergnügen. Forschung abgeschlossen. Okay. So. Kann ich hier, warte mal, wie, kann ich jetzt hier einbauen? Oder ist sie jetzt hier eingebaut? Wahrscheinlich ist sie hier eingebaut, ne? Schauen wir mal. Oder muss ich jetzt hier, Moment. Ein freier Platz. Ne. Okay, alles klar. Alles klar, okay. Wir schauen mal. So, lalala. Zack. Und da nehmen wir natürlich wieder die Perle hier. Und hauen wir rein da. Wir machen erstmal nur ein Ei. Oder eine Nummer hier. Schauen wir mal, wie lange. Ah, es dauert 20 Sekunden noch ungefähr. Zwei Stück brauchen wir. Ja, easy, ne? So, warte mal, wie sieht es hier eigentlich aus? Können wir mal eben auffüllen, wenn wir schon einmal dabei sind. Zack. Oh ja, Moin. Ich sitze im Dunkeln. Ich glaube, bei mir ist gerade das Licht kaputt gegangen. Danke. Füllen wir auch mal auf. So, sehr schön. Ja, dann nicht. Kein Licht mehr am Start. Ja, Moin. So, dann und wie weit sind die am Start? Jawohl, die sind am Start. Bereit zum Ausbrüten. Moment. Ah, hier. Okay, alles klar. So funktioniert der Hase. So, was haben wir denn jetzt hier? Äh, Aussehen. Velociraptor. Okay. Boah, die sind übelst aggressiv. Plus 30 Bedrohung und plus 30 Dominanz. Okay. Boah, die sind auch schon richtig hart, ne? Okay, wir nehmen den und den. Wir sollen zwei ausbrüten, richtig? Wobei, warte mal. Populationsbedürfnisse. Minus 30. 30% Dominanz. 30% Wahrscheinlichkeit, dass Saurier Kontakte knüpft. No. Warum nicht, ne? So, aber es hat Kohabitationslimit. Minus 30. Das ist mies. Plus 30% Chance, Ranger Teams anzugreifen. Okay. Naja, wir nehmen erstmal die zwei. Wir sollen ja zwei haben. So, da brauchen wir äh, Moment. Den Kollegen hier. So, schauen wir mal. Synthetisiere die folgende Sauer. Brüte ihn von zwei aus und lasse ihn frei. Also, wir brauchen zwei. Okay, alles klar. Warten wir nochmal ganz kurz. So, jetzt war die Frage, wie sieht man es jetzt hier aus mit dem Dingens hier? Mit dem Futter. Ich bräuchte Lebenfutter. Immer noch nicht. Okay. Müssen wir dann gleich machen. So, Hammers. Ne, dauert noch. Ah, Mann. Okay, okay. Aber ey, das wird lustig. Also, es ist alles ein bisschen komplexer irgendwie hier als im ersten Teil. Mega nice. Gefällt mir. Haben wir eigentlich ein Ranger Team schon hier am Start? Müssen wir eigentlich auch nochmal irgendwo eins hinpflanzen, ne? Ich würde sagen, das knallen wir direkt mal hier irgendwo hin. Sieht eigentlich die Map an sich aus. Ah ja, okay. Ja, alles klar. So, wie weit sei der? Ah, sieben Sekunden noch. Jawohl, komm. Ja, das machen wir jetzt hier noch, ne? Also, so weit, so gut. Das will ich noch sehen. Wie das jetzt hier funktioniert. Ich hoffe so auf jeden Fall. Ein Saurier wurde erfolgreich aufgezogen und kann aus der Brutstätte freigelassen werden. Wie, nur einer, oder was? Ich hoffe, das sind jetzt beide. Ausbrüten. Zwei Saurier. Saurier freilassen. Jawohl. Alles klar. Auch mit Dr. Wu's Zusicherung wollen wir ein entsprechendes Unterstützungsteam vor Ort haben. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich bin lieber vorsichtig. Wir beginnen mit einem Ranger-Posten. Baue einen im Velociraptoren-Gehege. Errichte dann eine Unterstützungsanlage und weise von dort aus dem Posten eine Ranger-Patrouille zu. Alles klar. Ja, werden wir tun. Aber allerdings erst in der nächsten Folge. Dann gehen wir hier an die Ranger-Geschichte dran. Ja, auf jeden Fall mega nice. Die Chaos-Theorie hier, die wird auf jeden Fall interessant. Freue ich mich mega drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Und dann schauen wir mal. Das kriegen wir schon alles hier hin. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat die Folge gefallen. Gerne kommentieren, bewerten und natürlich auch gerne ein kostenloses Abo. Vielen Dank dafür und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.